Mahlzeit, mein Name ist Beifirma und herzlich willkommen hier wieder bei einem Video von Beifirma schaut, meiner speziellen Reaction2 Reihe, in der ich immer wieder Musikvideos und auch Songs mir angucke, anhöre, die ich kenne und natürlich aber auch Songs mir und Musikvideos vor allen Dingen angucke, die ich nicht kenne, sehr häufig auch mit Live-Aufnahmen, aber auch Studio-Aufnahmen ist quasi alles dabei. Heute gucken wir wieder mehr oder weniger einen Vorschlag von euch, der kam von euch, den kenne ich gar nicht, ich kenne die Band nicht, ich weiß nur in welche Richtung es geht, es ist eine Art J-Rock, J-Metal, das heißt ihr habt mir unter Babymetal mehrere Vorschläge gemacht und ich habe jetzt gesagt, so nach und nach werde ich jetzt mal die Bands abarbeiten, mache natürlich immer wieder noch zwischendurch meine deutschen Projekte und den normalen Metal etc. dabei und hoffe, dass euch der Mix im Allgemeinen gefällt. Mir gefällt er, sonst würde ich es nicht machen, aber ich hoffe euch gefällt es auch. Von daher gesehen würde ich jetzt einfach sagen, lasst uns doch einfach mal bei Bandmade und Thrill reinschauen, denn ich kenne gar nichts davon. Ich bin echt gespannt. Ich weiß, dass jetzt mittlerweile, dass es da im japanischen Raum halt sehr viel auch diese Kostüme bei denen, gerade auch bei den weiblichen, rein weiblichen J-Metal-Bands gibt und in Europa habe ich so ein bisschen das Gefühl, die werden nicht so richtig wahrgenommen, nicht so richtig ernst genommen, weil hier in Europa die Metal Bands alle oder auch einen amerikanischen Bereich mehr so Männer Domäne ist. Das sind auch Frauen, aber hauptsächlich sind es Männer mit langen Haaren, manchmal auch kurze, aber auch viel in Leder, in andere Sachen. Ja, Kettenleder, also Shanes & Leather & Co. Diese Kostüme passen so nicht in das europäische Metal-Bild. Das meine ich jetzt nicht böse, sondern das ist so, man ist ja, man kennt ja immer das, was man kennt und alles andere ist erstmal komisch. Und ich glaube, das ist auch das, wieso diese J-Metal-Bands in Deutschland nicht so richtig, nicht so 100% ernst genommen werden. Das Bild kommt mir so langsam, weil man hat dann doch auch, ich sag mal in Anführungszeichen, Vorurteile. Ach, das sind eh nur kleine Mädchen, das sind Püppchen, die können ja eh nicht richtig spielen, die sind eh nur gecastet und sowas alles. Und dass man tatsächlich dieses, dass sich die Bands auch Themen aussuchen oder bekommen, wie auch immer. Dass man aber durch dieses Vorurteil die wahre Qualität der Musiker dahinter nicht erkennt, finde ich schade. Deswegen habe ich die jetzt auch fest in meine Rotation aufgenommen und mache natürlich auch den normalen Metal wie immer auch weiter, einfach um auch anderen Leuten zu zeigen, wie gut diese Bands sind. Und dass die nicht schlechter oder besser sind als andere Bands, sondern einfach nur vom kulturellen Hintergrund etwas anders geprägt sind. So, sorry, genug der langen Vorrede. Ich wollte da einfach mal das so erzählen, was sich mir so in den letzten Wochen und Monaten so dargestellt hat. Und jetzt kommen wir zur Musik. Sorry, ich erzähle immer so viel. Ja, so, Achtung, Musik, let's go! Genau, also hier sind sie ja wieder. Ich bin ein Stückchen hier zurück, dass man mal die Band so sieht. Ähm, das sind so Bilder, da nehmen die meisten Europäer oder Amerikaner, der Sound ist super geil. Aber wenn sie dann das Bild dazu haben, nehmen sie das nicht so, so für, für voll. Also so, so als, äh, als gute Musik war. Ja, sondern weil diese Optik anders ist als das, was sie erwarten, sagen sie, ach, weg, so halt. Wenn sie es dann richtig hören und die Musik, dann ist das vielleicht was anderes. Aber jetzt so, wenn man das sieht, da kommt so ein Video, denkt man sich, ach, ging mir anscheinend selber auch so viele Jahre, weil ich diese Musiksparte jetzt erst jetzt für mich entdeckt habe. Und ich bin echt begeistert. Und, ähm, ja, ich werde mich da auf jeden Fall noch weiter, äh, umschauen und hoffentlich noch ein bisschen mit den Vorurteilen aufmachen können. Denn das sind tatsächlich, was ich jetzt so gesehen habe, hervorragende Musiker, die sowohl Instrument, äh, als auch eben Stimme und Co. alles gut beherrschen. Und alles andere dahinter weiß man eh nicht. Das ist Sachen der Plattenfirma-Unterstützung. Da blickt man eh nicht durch als normal, als normaler Mensch. Aber, äh, musikalisch allererste Sahne. So, und jetzt weiter. Ähm, erste musikalische Eindruck war auf jeden Fall super. Das war's. Gesangstechnisch sehr cool. Ähm, ich musste gerade noch mal so ein bisschen justieren, damit ich es auch richtig gut höre. Äh, gefällt mir ganz gut. Und ich muss sagen, es ist immer noch für mich sehr ungewohnt, diese, in diesem Fall jungen Mädchen zu sehen, in diesen Kostümen. Das ist für mich immer noch, aus der europäischen Sicht, wie gesagt, ganz, ganz komisch. Aber musikalisch echt. Äh, bin ich wieder mal überrascht. Und wie gut das ist. Und da auch noch mal danke an die Leute, die die ganzen Vorschläge in die Kommentare schreiben. Finde ich richtig gut. Ähm, da gehört wirklich viel Übung zu, auch sowas zu spielen. Cooler Sound. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich bin begeistert. Ähm, ich bin ein Stück zurück. Hier fand ich sehr cool diesen Part mit den, äh, zwei Stimmen. Diese, ich sag mal, Kanon-Gesang. Also, ne? Die Frontsingerin und im Hintergrund singt die andere. Ähm, ein bisschen was anderes. Ähm, wie gesagt, Finde ich cool. Fand ich echt cool. Ich mach nochmal hier das Stückchen zurück. Also nicht, dass sie einfach nur den Chorus mitsingt, sondern tatsächlich halt ein bisschen eigenen Text mitbringt und das halt versetzt zu dem Hauptgesang. Fand ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. So, ich hab jetzt gehört, die fängt ein Solo an. Ich mach ganz schnell Stopp. Ähm, wie gesagt, bis jetzt muss ich sagen, von dem Lied gefällt mir dieser Part, wo die beiden, also gesangstechnisch, wo die beiden so ein bisschen versatztechnisch singen, gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, hat mich, äh, holt mich richtig ab. Ja, und, äh, ansonsten natürlich ein sehr solider Metal-Betal-Betal-Rock-Song und, äh, ja, äh, ich bin jetzt mal gespannt auf das Solo, was da kommt. Es hat sich angewiesen, was soll. Ich bin gespannt. Und, äh, ansonsten natürlich ein sehr solider Metal-Betal-Betal-Betal-Betal-Betal-Betal-Betal-Betal-Betal-Betal-Betal-Betal-Betal-Betal. Und, äh, 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 äh. So, zwischendurch diese Parts erinnern mich auch tatsächlich so ein bisschen an, ähm, könnte auch sehr gut, von so einem Intro auf so einem, ähm, äh, Anime sein oder so etwas. Keine Ahnung. Ich sag jetzt, ich meine es nicht, Saber Rider und die Starships oder was. Also ein Anime in dem Bereich, so ein, ähm, richtig cooler, rockiger Intro-Song von so einem, äh, Anime. Das ist schon richtig cool. Ähm, ich hab jetzt tatsächlich auch wieder, äh, ein bisschen angefangen Anime zu gucken. Äh, äh, jetzt wo ich ein bisschen wieder in dem J-Rub bin, ne, und mach ja jetzt auch zwischendurch so ein, zwei Reaction to, ähm, TV-Themes, ne. So Saber Rider and Starships hab ich zum Beispiel schon gemacht. Da kommt jetzt demnächst noch ein bisschen. Ähm, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Äh, da werden wieder so ein bisschen Kindheitserinnerungen wach. Und, äh, da freu ich mich auf noch ein paar Sachen. Und ich hoffe, dass ich euch noch mit dem ein oder anderen, äh, Song und, und Theme noch überraschen werde. Und, äh, ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, ähm, macht mir das riesig Freude hier. Äh, äh, so gute Musik. Musik 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 Ja, absolut großartig, äh, ganz toll. Ähm, ich muss mich immer noch ein bisschen an die Optik gewöhnen. Ich glaube tatsächlich, was vielleicht in Japan einen Vorteil ist, so einen Look zu haben, ist in Europa und in Amerika eher ein Nachteil. Ähm, das sage ich jetzt ganz, ich versuche es ganz wertfrei zu sagen. Ähm, da ist man, man hat, glaube ich, mehr so das Vorurteil, ach, das sind so kleine Mädchen in Schuluniformen, die können das eh nicht. Dass da richtig eine harte Schule hinterheckt und dass die stundenlangen, Wochen, monatelangen dafür trainieren und üben und Instrumente genauso gut oder besser beherrschen als die meisten Metaller, glaube ich. Und sei mal dahingestellt. Aber man hat ja immer, man ist einfach halt optisch getrieben. Und ich glaube tatsächlich, wenn die nicht so thematisch angezogen wären, sondern relativ normal, ich sage mal auch ganz normal in Hose etc. Würden sie, glaube ich, in Europa und in Amerika einen besseren Stand haben. In den anderen Kontinenten kenne ich mich nicht so aus, wie es jetzt mit Afrika oder Südamerika oder so ist. Aber das ist jetzt einfach nur meine Vermutung und da möchte ich auch keinen vom Kopf stoßen. Ähm, aber das ist einfach das, was ich vermute. Und das fehlt mir auch manchmal so ein bisschen an den Leuten, die Reaction 2 machen. Das ist jetzt ein bisschen, hätte ich vielleicht auch vorher sagen müssen, aber manchmal fehlen mir so ein bisschen Ecken und Kanten an den Leuten, die Reaction 2 machen. Wenn, dass die nicht über solche Themen reden, sondern nur so ah, oh, amazing. Ich finde, man kann als Reactor auch mal eine eigene Meinung haben und sagen, bin ich gut, bin ich nicht so gut. Oder ich vermute das so und so. Also, ähm, das mache ich auf jeden Fall. Ich werde auch dabei bleiben, äh, bei meiner persönlichen Meinung und auch immer wieder solche, äh, was heißt politischen Statements oder, oder diese Aussagen treffen, weil ich einfach finde, das ist meine Ansicht. Das fällt mir dazu ein, wenn ich das sehe und das ist halt meine Reaktion da drauf und nicht nur, ah, oh, amazing. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ist jetzt wieder, mal wieder, äh, habe ich einen Redefluss gehabt und habe ziemlich ausgiebig geredet, aber es hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ihr schaut demnächst wieder rein, wenn ich dann wieder Sachen aus der ganzen Welt reakte und natürlich meinen Senf dazu gebe. Äh, ich bin soweit jetzt raus. Vielen Dank an die, äh, Empfehlung und ich bin gespannt auf die nächsten Empfehlungen, die da kommen werden. Ja, so weit, so gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und, ja, das war's. Euer Ball für Mauer.